Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Games Solo. Jetzt spielen wir mal gegen West Ham United. Ich bin mal gespannt, was wir heute für ein Spiel hinkriegen. So Leute, wir haben ein paar, ein, zwei Spiel. So, jetzt hoffen wir mal gegen West Ham United in der Liga gewonnen. Jetzt wollen wir ins Viertelfinale. Und es ist, es könnte interessant werden. Ich bin mal gespannt, wer die anderen Team mit den anderen Teams... Das wird jetzt interessant. Schaffen, schafft Liverpool heute den nächsten Sieg im Wied... Ja, alle aber, ja. West Ham... Ah, hier haben wir ja schon mal gewonnen an den West Ham United. Hier in London. Holen wir uns diesen Titel, Leute. Wir kommen jetzt halt ins Viertelfinale des FA Cups, des ältesten Fußballfokals der Welt, Leute. Nummer 41. Dech drin. Weiss. Nummer 20. Gerard Barth. Chelsea und alle sind eigentlich nur... Boah, alle von den Top-Teams. Sind nur Man City und Chelsea drin. Boah. Von den Top-Teams, Leute. Boah. Von den Top-Teams, Leute. Die großen Teams sind... Die großen Teams sind... Die großen Teams sind gar nicht dabei dieses... Oh, den FA Cup, Leute. Ah, das ist halt immer die Spannung. mauvaises September. Das ist halt immer dieirecte, Leute, die sind die Nerviges, und dann... huht es trotzdem. Oh, Mann. Ah, er war, er hat die Ecke geahnt, Leute, armer, er stand, er war so gut geschossen, Leute. Ja, er war so gut geschossen, Leute. Es war so gut geschossen. Es war so gut geschossen von West Ham, von West Ham, United Spieler. So, went, where are we, came, I was locked in the spring brother, Aye, hallo, hallo, Andrea . Aye, hallo, whoa, whoa. the the Ruhig bleibe dran, bleibe lang. Ausgleich, yes. Das Viertelfinale wartet auf uns Leute, das Viertelfinale wartet auf uns Leute. 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 Immer schön ruhig nach vorne. Ruhig spiele Sachen. Das Viertelfinale wartet auf uns Leute. 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 ich bin zu hoch angesetzt ein wenig zu hoch angesetzt ein wenig besser im mittelfeld ich bin zufrieden Aber immer weiter so ruhig bleiben, wir wissen es, wir müssen es. Die erste Hälfte fass rum, Leute, niemand noch eins, eins nur, leider für uns. Man merkt, der Ewig fehlt auf dem Fliegel, Leute. Man merkt, er fehlt auf dem Fliegel, der Alfonso Ewig. Und im Mittelfeld Pellegrini, Leute. Oh, abseits, bitte. Abseits. Man, noch mehr, bitte. Und doch, das war ein Song, das war jetzt ein wichtiges Tor. Das Tor zum Viertelfinale ist offen, Leute. Das Tor fürs Viertelfinale ist offen, wir müssen jetzt nur noch rein eintreten, Leute. Wir müssen nur noch rein ins Viertelfinale, ins Viertelfinale. So, jetzt werden wir ein bisschen wechseln, Leute. Ich bin weg, aber es ist offen. Ich bin weg, aber es ist offen. Hier kommt auch. Ich bin weg, aber es ist offen. Wechsel gemacht Leute. Großer Wechsel zwischen. Und jetzt noch... Und jetzt noch mal. machen. Wir brauchen ein drittes Tor, Leute. Wir brauchen ein drittes Tor, Leute. Wir brauchen ein drittes Tor. Wir brauchen ein drittes Tor, Leute. War so, wie man jetzt spielt. War so, wie jetzt ist Kölnberg. Wir brauchen ein drittes Tor. 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 Ja, ja, ja. Alter Schwede, ne Mühe, Alter, ich spiele nicht so, was ich mir so gebe, Alter, was machen wir so. Oh Mann, Mann. Was leidt auch nicht so ein bisschen zu... Wechseln. War es doch nicht so gut, die Spieler zu wechseln. Oh Mann, Devis raus. War es doch nicht so richtig, Alfonso Devis rauszunehmen. Ja, das dritte Tor haben wir nicht gemacht, Leute. Und das war der Fehler, Leute. Das dritte Tor haben wir nicht gemacht. Und das dritte Tor. Das dritte Tor. Und das dritte Tor. Und das dritte Tor. Das dritte Tor. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist jetzt bitter. Wir haben uns so was von verpokert. Wir haben uns so verpokert. Wir hätten die Spiele einfach gelassen sollen. Wir hätten einfach nase sollen. Ja, das werden uns der Poker richtig verpokert. Fünf Tage? Einfach jetzt FA Cup raus. Das war's leider in dem, wo wir nach weit kommen wollten, sollten, wollten. Sie waren einfach am Ende besser. Aber ehrlich gesagt, wir hätten uns verpokert und wir hätten die Spiele... Thanks, that'll be all for today. Wir hätten eigentlich die Spiele dinge machen, man, und einfach zu verpokert, Leute. Verpokert. Wir haben uns verpokert, Leute. Wir haben uns verpokert, Leute. Wir haben uns verpokert. Aber so ist halt... Aber Leute, gegen Sheffield United spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt's für heute, euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann, und Pici bis zum...